Hallihallo! Dieses Jahr kommt ja der Frühling mit aller Macht und da wollte ich euch heute mal teilhaben lassen an meinem Südbalkon. Ihr seht, hier hat es schon total ausgetrieben und man kann es kaum glauben, aber es gibt hier sogar schon erste Blütenstände. Seht ihr das? Also da kann man mal sehen, wie der Klimawandel sich hier schon auswirkt. Natürlich ist es im Südbalkon, aber könnt ihr euch erinnern, schon mal am grünen Donnerstag solche Gescheine ausgebildet gesehen zu haben? Wir haben ja quasi schon Rebblütenfest bald. Also wirklich ein denkwürdiger 1. April 2021. Aprilengas hat Dreck auf der Nase. Hey Leute, hat es euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat es ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.